Auf geht's! Ich rege die Hüfte! Okay, wir werden hier locker in der Hüfte! Okay? Ich lege die Hüfte! Geh, ihr kommt in die Mitte! Ich hoffe, ihr kommt morgen mit voller Konzentration, ihr seid dabei, wir freuen uns schon auf morgen, ihr habt heute sehr gut mitgearbeitet, war eine gute Einheit, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich erwarte euch morgen mit Power, mit einer guten Laune, mit einer Disziplin, mit einem guten Verhalten, dass ihr morgen zu 100% an den Tag legen werdet und jetzt will ich ein lautes Volet und ein Geschreier. Eins, zwei, drei.